hey hallo hier sind wir wieder und dann schlafen wir gleich mal ich habe keine sticks hast du sticks ach dann schlafen wir erst mal komm beim schlafen wird es bestimmt warm glaube ich ja weil wir uns aneinander reiben und kuscheln ja ja ich bin wieder warm so dann trinken und ich muss was essen ach ja stimmt ich habe uns mal die tür schon geöffnet dann die ganze nacht hat geregnet aber die dinger sind fast leer das ist ja das ist halt ich habe noch was getrunken und dann esse ich noch schnell was als hätte ich fast ein bein drauf glückte ich brate es gar nicht mehr ich es ist immer direkt bringt aber nicht so viel also ich brauche es lieber weil man reicht ein so ein teil braten und man ist ja aber ich meine wir haben so viel von dem scheiß wenn es knapp die überfragen ist wieder ok ich gehe jagen und du wolltest bäume fällen jetzt gehen wir in diese richtung weil dort waren immer schön viele ähm der lockt schlitten ist noch draußen ok ich nehme ein paar sticks nehme ich habe auch gesagt ich nehme ein paar stickies mit hallo das steckt nicht mehr und man wollte ach die haben ja auch noch ein totem ja ich glaube es ist wichtig die ganzen totems von denen kaputt zu machen weil was ich auch gehört habe die markieren sich den weg also wenn da totems sind dann das habe ich mir schon gedacht finden die auch wieder hierher und so das habe ich mir schon gedacht hier halt auch mal für mich und so logisch ja klar aber so hier war noch immer rehe ich schau mal oh da ist es oh aloe vera das ist gut kann man dann gleich mal kann man nicht so ein kräuterschrank bauen oder so gut sagen die ganzen kräuter oder ganzen pflanzen dinge da ist aber ich fühl mich grad voll zarscht jetzt wäre ich auch ganz cool wenn man die pflanzen dinge auch vielleicht ist es ja das in dem balkon dinge dinge da ja genau das habe ich mir auch gedacht hat keiner gesehen nein hat keiner gesehen ja dazu sage ich jetzt nichts da kriegst du es kopf beim jagen das sind sie wieder ja ich habe sie nicht ach so ich dachte eingeborene ne ne eingeborene nicht sondern ich habe es echt drei oder zwei mal daneben geworfen das war ein bisschen traurig und da standen aber zwei rehe also und dann plötzlich gehe ich ins menü gehe wieder rein er gehe wieder raus aus dem menü also inventory menü und dann urplötzlich standen waren beide rehe weg und dann gehe ich ein zentimeter und dann standen die wieder dort wo sie warten ach so naja also voll geil jetzt sieht man aber uns aus von überall ne früher hat es immer gedauert bis es geladen hat und so aber jetzt sieht man das echt bist du noch im wald drin oder siehst du es noch so rehe 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 wo seid ihr ich brauch paar rehe also wenn man so am außen vom strand auf das haus schaut das sieht so richtig cool aus die kamera aus ja ooooh also wisserts haben wir hier echt wenige ne also wenn ich mal so stimmt ja in unserer gegend ja wisserts find ich hier kaum ein bisschen weiter raus gehen dafür wo ist denn da das ist ein paar bären schauen wir ob ich bären sammeln kann da 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 mal weg gehen ach gott da ist ja die falle und da sind wirklich doch ach da so dann zack einmal aufgefüllt dann nehmen wir wieder die sparen wenn man mal schützt aber komm schon da war doch ein zweites rehen wo ist das rehen gelaufen da kann ich wieder paar bären sammeln so ich bin mein rehe nicht und mein lizard sowieso nicht ich überleg grad ob ich den baum bei der falle stehen lassen soll da war ein hasen opi sagt mir nicht dass da wieso hat das denn dein geboren oh nein ach du scheiße was mutant oh nein eingeborene 2 sehe ich jetzt soll ich zurückkommen oder packst du es 3 wo ich komme ich komme mal in deine richtung weg mit euch 4 ok jetzt fange ich an zu sprinten halbe rüstung weg ok ok jetzt wird es leicht schwierig kommt kommt er ja komm nur her komm nur so zwei sind weg wir hätten wir nicht da sind alle tot so der dritte ist weg der andere ist weggelaufen nein der andere ist noch neben mir und ist jetzt tot du kommst uns denn alle weg du bist zu langsam ich hab grad alle vier hey wo ist der vierte liegt der oben nein einer läuft da hinten der läuft immer noch ach hey ist sie wieder aufgestanden abkommen hier liegen noch zwei loks drei loks ja die haben mich unterm holzfällen nicht genervt erstmal wieder bis abhacken hier über nein immer wieder so jagen gehen hier nochmal ich finde das mit den lizards so schade ich hab viel mehr viel gern voll gerne mehr lizards da ist nach Hause ja gut aber wenn wir so auf erkundungstouren sind da findet man eigentlich mal relativ viele lizards ja das stimmt aber die gehen auch relativ schnell weg wann wollen wir eigentlich dann noch die anderen zwei höhlen erforschen also ich würde nicht alle beide gleichzeitig machen sondern ein bisschen aufteilen dann können wir ja auch eigentlich demnächst mal machen da kommen sie wieder ich gehe mal ein bisschen zurück nach hause ja alter die fledermäuser mich gerade erschrocken für ganzen körperteile gerade abhacken so sind verarbeitet ja spring mich an oh gott das sind wieder 2 30 30 wo mit molotow oh gott was hat die ich glaube eines sind die vollerin gelaufen ja da hinten zwei ne eine und der ist tot ne doch der ist aufgespießt cool ja warte ich schon mal angucken wo alter schaust dir an achtung molotow alter wie vieles wieder sind jetzt auf ein das spiel leckt bei mir voll mega ja bei mir ist es irgendwie auch krotz jetzt gehts wieder jetzt gehts wieder ne doch nicht es leckt wieder nimm nur mal den anderen körper mit dem lege ich schon mal rein oh hallo müssen wir aufpassen nicht dass die ganzen äh wie kommt der da rein lol oh bitte sagt mir jetzt nicht dass scheiße man was die ganzen armen beine sind weg die ich abhackt habe jetzt schon die sind weg alle die oh gott sie sind so schnell weg das ist heftig das ist ärgerlich das ist echt ärgerlich ich glaube da muss immer jemand in der nähe noch mal einer hallo ach das ist der wallotow typ da machen wir das gleiche um gleiche und dann wenn du dich einmal richtig erwischen wird es ist richtig der mensch was dir was macht denn der jetzt kommt dann er ist tot ok 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 gleich um gleich würde ich das machen weil sonst das wieder alles nervt eigentlich warum man eher köpfe köpfe ist wichtig ja den arm nehme ich mit oh gott ich komme gar nicht zum jagen mann hier auch nicht aber vielleicht ist es doch jetzt ganz gut dass er das aggressiv und dann können wir die effekt schieß bissel aufbauen ja stimmt das wäre ja englische sind auch eine Aufgabe von uns ja also gar nicht mehr so schlecht so ähm das das ist ein Packerl Ohren egal das ist ein Packerl Ohren so ich muss die Medic nehmen ich habe keine Rüstung ich muss mir echt einmal Rüstung machen weil ich kämpfe die ganze Zeit ohne Rüstung das ist schon heftig dann haben wir das erste ich hoffe dass die effigies nicht kaputt gehen das wäre so richtig ekelhaft also wenn die kaputt gehen dann habe ich keinen Bock die ganze Zeit neu zu machen das kann ich ja gleich das wäre ja voll ekelhaft dann ja aber das ist grad echt heftig ne wie viele von den Typen kommen ja jetzt einfach nur innerhalb von zwei Tagen so dann bin ich bei ihr mal ein bisschen rum die liegt eh so komisch in der Luft da das gefällt mir nicht ja die liegt schon leicht komisch ja die liegt so Doggies alter schon Arme äh Beine Arme aber es dauert ja ewig bis man so ein großes Effig Cheater fertig hat es ist ja arbeitig neun Köpfe oder sowas wenn man braucht ja neun Köpfe Alter voll in ihren Arsch rein von hinten Pisten Hallo achso da habe ich schon ich habe irgendwas kaputt gemacht aber ich weiß nicht was das ich glaube es war ihr Körper Oh da 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 hinlaufen schon wieder drei das ist nicht dein Ernst man ah ok ich möchte ja jetzt nicht sagen es nervt aber irgendwie das erste mal an soll ich das gleich anzünden oder er hat erst nachts ich weiß halt nicht ob wir uns anzündeln ob es dann wirklich irgendwie abbrennt oder so das wäre halt jetzt scheiße wir warten wir erst mal oder schauen wir machen was in der nacht an das sieht bestimmt geiler aus da haben wir einen Thumbnail kannst du dir zustellen hallo kannst du dir zustellen dann sieht schön aus okay mach ich dann ohne das hier schade dass man keine gesten machen kannst hier genau mit dem haus im hintergrund richtig schön das wird nur dann jetzt gehe ich wieder jagen bis dann aber wer der haikopf ne ach ja stimmt ach scheiß drauf ja das bringt ja das machen später darüber fahren hier hast du noch zwei zwei locks die tue ich dir mal in deinen lockschlitten rein weil die mir immer so in den weg gelaufen sind da hinten sind noch zwei locks aber die hole ich jetzt nicht davon bin ich zu faul was muss ich da hören schnauze ich muss wieder in die andere richtung da waren mehr rehe irgendwie hier sind keine rehe aber drüben immer schon das ist ganz ganz kurios ich glaube die haben echt zu ihre spawn momente weißt du da hinten spawns eher wenn ich rehe jagen will muss ich immer dahinter gehen da kommen wir immer mindestens ein re entgegen ganz nein jetzt packt dieser scheiß sperrum es geht doch jetzt nicht ist bei dir jetzt auch dass du jetzt jetzt glaube ich habe einen punkt gefunden wo alle wehre immer spawnt ganz weiß das ist gut habe ich vorhin gepflückt dann war plötzlich wieder da der rv naja wenigstens eine für das machen wir sehen das ist doch keine fehler sind so ein blatt ja ich möchte doch nur mal anschauen über ihr so hübsche kreaturen seit ich glaube doch noch mal streicheln mehr will ist ja wo ist der bein schon wieder hinten wieso die sporen die dann die ganze zeit nervt mich erinnert doch noch was machte ist der kopf gerade habe ich echt kein glück mit dem jagen nennen doch ich hatte das glück am hausen erwischt rei er hat so hallo schlacht ist er weg ach gottes willen so postix holen von immer wenn ich mit dem speer um rennen kommen mir hasen entgegen oder wenn ich und dann wenn ich den bogen in die hand nehmen kommen alle rehe entgegen standard weiß nicht wieso hier zwei locks rumstehen liegen besser gesagt aber bei dem einen lager auch da kann ich mal wieder ein bisschen parkisten aufmachen das ist auch ganz nice koffer aufmachen pilze sammeln sind die steck lösen sie nicht immer gar auch koffer haben hey lol die koffer sind noch offen krasser scheiß die koffer noch offen ah nee da ist n der ist zu ja ja da sind zu snack hey da ist n snack habe ich genug medizin ja gut dann esse ich einen snack schnell hause ich muss dich mal ganz kurz ignorieren mach aber nicht viel aber da war zwei rehe wieder wo ist die rehe hin gucke ich einmal nach unten um mich auf uns öffnen vor mir ist es alter ich habe hier nur cash nein wie willst du dich so hier auch nie da ist jetzt auch ein eingeborene das kann es jetzt nicht sein jetzt wo dann re ist das auch nein ich habe man ich habe endlich mal die batterie schon meine erste batterie die ich bin glaube ich traurig von der rennen die rehen kann alles so schnell weg ich bin noch nicht mal ja komm schon ich verpiss dich verpiss dich scheiß eingeborener da glück nur einer ja das halten wir noch gerne die schreie sind gerade echt heftig ich habe natürlich keine energie mehr das ist zwar jetzt viele folgen hinterher aber ich habe mal in deinen in deinen kommentaren gelesen bei deinen videos dass jemand meint die schreie haben bedeutungen also dass das immer so bestimmte schreie bestimmte bedeutungen haben aber davon habe ich habe danach gesucht aber ich habe selber nichts gefunden drüber und es ist auch so irgendwie es klingt logisch wäre auch irgendwie geil wenn man das herausfinden könnte aber dann wir die schreie immer unterschiedlich hören ist das im multiplayer kann ich mir das nicht vorstellen dass das eine bedeutung hat weil du hast sie immer mal da höre ich sie nicht dann immer unterschiedlich weißt du wie ich mein ja ja ich verstehe schon das reh bleibt nicht stehen jetzt bleibt stehen jawohl sehr schön wir merken jetzt nicht dass ich keine sticks habe zensierter version also paar rehe habe ich wie viel rehfell habe ich denn jetzt 1 2 3 rehfell zwei hasenfell auch ich habe rüstung dabei ist ja cool ich wusste ich gar nicht dass noch ein reh ist ja schön jetzt hör auf die animation zu machen ja er bleibt stehen braves regeln jawohl weißt du was ich bitte ist in der einen folge habe ich jetzt nur eine fuhre geschafft ständig wie viel feld kann man eigentlich mitnehmen weißt du das fünf würde ich sagen weil ich habe jetzt das kann ich dann 1 2 3 ich glaube 4 circa ich bin mir gar nicht sicher dann gehe ich immer in richtung nach hause vielleicht läuft mir noch eins entgegen ich nehme mal den bogen jetzt weil vielleicht noch ein hasen oder so ich gehe mal richtig nach hause aber die folge eh schon wieder zu ende ist da ist ein totem das machen wir mal kaputt lol hat der karten feil abgeschossen obwohl ich ein totem wo sie meine pfeile hin ich habe nur zwei pfeile was warum was für ein schwachsinn was macht es schon wieder habe ich dann noch irgendwelche köpfe das sohn und habe ich nicht erwischt weil es kann gelistert ist ich nehme mal lebendigen hasen mit okay passt weil ich auch wenn ich voll flotzen wahrscheinlich nicht funktioniert nee aber trotzdem ist süß mal so heraustüren zu haben warte ich tue es mal das effigy daraus anzünden echt jetzt ach so ja stimmt wirst du mitkommen ja ich bin natürlich will ich mir das noch anschauen und hoffentlich brennt es ist einfach durchgängig das wäre nice aber sonst kriege ich einen schreikrampf ja ich würde es echt scheiße finden wenn die nacht durchbrennen und dann alle weil das so lange braucht bis man einen teil hat okay wenn es ausgehen sage ich noch okay aber wenn sie kaputt gehen richtig assi naja gut ja danke fürs zuschauen speichere ich mal genau ich speichere auch mal warte kurz gut passt genau dann danke fürs zuschauen dann sieht man sich bei der nächsten folge wieder tschau